Jetzt sind wir in der Suta-Launch vom... Oh, darf man eigentlich gar nicht filmen in der Suta-Launch, aber wir sind alle umgezogen, ja. Nein. Ah ja, da hinten. Na ja, und gleich jetzt zum Märchen-Event, ja Märchen-Event hier in Jülich. Ja, mehr gibt nichts zu sagen. Nein, wir müssen erst mal gucken, wie es draußen aussieht, ja. Ach so, das ist ja noch Syfox, ja. Der Graves ist noch nicht fertig, aber den sehen wir gleich draußen, ja. Runter? Oh, das ist der Grave, ja. Runter gehen, ja. Oh, ha! Ui, ja, ich schwänze ihn da. Ui, da ist noch Verpackung drin. Ja, damit, äh, das sieht jetzt mal aus. Ui, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier nicht stolz waren. Alle müssen jetzt mal runter, ja. Hier, da kann man auch sehen, wie schön das da aussieht. Das ist der Grave. Uh, und weiter, weiter, weiter. Weiter, Parade. Hukunese, äh, Polonese. Ja, Polonese. Also, ich bin keine Ahnung. Ja. Hm? Gut? So, ja. Ui. Na ja, ich muss ja vorgehen, hier. Jetzt stürzen wir. Müssen wir uns vorhalten, hier am Geländer, oder? So, jetzt sind wir hier in der Lobby. Ja, das ist die Lobby. Kann man auch was zu essen kriegen, ja. So, Hotel Eingang. Das ist der Grey. Oh, hallo. Ja. Ja. Zyra. So, dann noch raus. Ja, keine Ahnung. Rauschen, glaube ich. Ja, ne. Die nächste Szene machen wir dann im Park. Ja. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, da sind auch so Autos und Motorräder. So Alte Fahrzeuge, ja. und da sieht man auch ein gelbes auto Ja, man sieht das so nicht so gut, nein, das ist alles so schwierig, man kann nicht so gut sehen Ah, ja, das habe ich schon gemerkt, ja, da müssen wir auffassen, wo man hintritt, ja Ja, wir haben hier die Schlange, nee, ja, wir machen jetzt ein Gruppenfoto, ja, Fotografen Ja, sehr schön Ja, okay, dann mache ich mal das wieder aus, ne, ja Jetzt sind wir hier bei so Figuren, kann man das sehen, kann man das sehen, ja, Figuren, ja Der ist ja müde, ja, müde, ja, müde Figur, ja Okay, ja, und dann gehen wir gleich noch weiter und gucken hinten noch ein paar schöne Tierparks, glaube ich Hier ist ein Tierpark, ja, gucken wir uns auch gleich an, ja Okay Jetzt sind wir wieder in der Shooter-Long, obwohl ich eigentlich gar nicht die Katze bin. Jetzt gehen wir noch mal in den Park. Eine andere Strecke. Eine andere Strecke. Der Park ist sehr groß. Hat jemand den Plan? Ich habe den Plan. Nein, ich habe keinen Plan. Ohne Plan ist schlecht. Planlos durch die Gegend. Mal gucken, ob es fahren kann. Jetzt müssen wir erst mal Treppen laufen und dort stürzen. Wenn man den Stopp noch drücken beim Treppensteigen, dann geht es in den Abgrund. Ja, da tun sich Abgründe auf. Eigentlich nur einer, aber der tut sich ja weh. Wir wollten, wir wollten Schleichchen gehen. Ach, Schleichchen? Was ist denn jetzt? Ich bin nicht Schleichchen. Ist das jetzt? Ah! So, jetzt haben wir hier eine Arche. Oder ein Schiff. Ja, ein Schiff ist das so. Ja. Ich bin nicht so glücklich. Im hohen. Ich bin nicht so glücklich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also auf jeden Fall viel Spaß hier, ja im Märchenpark, ja beim Rückenkopfpark, ja Märchen-Event, ja Und hier wird auch Musik gemacht mit der Drehorgel, ja Aber ich habe die anderen verloren, nein jetzt muss ich gucken wo die sind, ja Ich habe jetzt 100 Ballons verteilt und dann habe ich die anderen irgendwie verloren, ja Ja, ich weiß nicht wo die sind, nein, muss ich schauen, ja, vielleicht im Zoo Jetzt haben wir hier auch Minigolf, ja Minigolf, haha Verschiedene Bahnen, ja kann man Minigolf spielen, ja Es fängt an zu regnen, äh, jetzt suchen wir den Zoo, hallo Hallo Der Zoo soll hier in der Richtung sein, ja Wir sind auch Wölfe, ja Müssen wir mal die Wölfe suchen, ja, wo die sind, ja weiß ich nicht, nein Ja, hier ist das Wildschweingehege, aber ich sehe keine Wildschweine Ach, kann man sehen, ja Ich auch nicht Nicht, nee, keine Wildschweine da, nein Jetzt konnte ich mich hier unterstellen, weil der Regen ist so stark, ja Und, äh, jetzt gehen wir gleich mal weiter zu den Wölfen, ja Und dann mal gucken, äh, wie es denen geht, ja Die sind ja bestimmt auch pudelnass, ja Jetzt sind die, die Enten, ja, denen ist es egal, ob es nass ist Äh, ich habe mir hier die Wölfe endlich gesehen, ja Nach fünf Stunden endlich die Wölfe gesehen, hei, hei, hei Huch, so lange gesucht, ja, und doch gefunden Ja, dann gehen wir mal wieder zurück, ne, die anderen warten schon Ja, mit der Eisenbahn kann man hier auch fahren, aber es ist hier alles nass, nein Aber wenn schönes Wetter ist, dann ist hier echt super Ja Es ist ja auch Pferde, ja, kann man das sagen Das Pferdchen hier, ganz, ganz, ganz zahm, ja, kann man nicht streicheln, ja Aber es ist ganz zahm, ja, man kann streicheln, ja, es rennt auch nicht weg, nein, es ist ganz lieb, ja Ja, das sind die Pferde, da, das Pferdchen, ja Ja, hier gibt es viele Tiere, ja, könnt ihr selber mal herkommen, ja Ja, da, 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 da da, 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 da da da, da 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 da